Halli-Hallöchen, meine lieben Leute! Willkommen bei Live in the Woods! Oh Gott, ich habe euch gewarnt! Guten Tag, guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Live in the Woods. Hier direkt aus ihrem Cockpit mit dem Piloten C.S. Bins. Wenn Sie zu Ihrer Rechten aus dem Fenster sehen, sehen Sie den Boden immer näher kommen, denn der Herze des Bündnisses hat keine Pilotenausbildung gemacht und er hat sich einfach das Steuer an sich gerissen. Grammatikalisch war das gerade nicht korrekt, aber egal. Nun stürzen wir ab. Wenn Sie zu Ihrer Linken sehen, sehen Sie das riesige Gebäude, in das wir gerade hineinfliegen wollen. Au, au! Ich habe es mir gerade noch verkneifen können. Verdammte Scheiße! Ich habe ernsthaft kurz gedacht, du droppst das jetzt. Verdammt, das muss ich eigentlich rausschneiden. Aber nee, ist jetzt auch wurscht. Ja. Ist ja nur ein Spaß. Ja. Ja. Alles schon geschockt. Ja. Nee. Passt schon. Hat schon. Hat schon. Passt schon. Okay, ich brauche eine Garagentür. Genau. Garagen. So, ich habe ein bisschen unten sortiert in der letzten Folge und ich werde verrückt. Ja, das auch. Du get's wrecked? I get wrecked? What? I can wrecken? Ich gucke, ob ich alles habe jetzt dafür. Hm. Wie mache ich das jetzt hier? Das ist die Abtrennung. Gut. Timmermann. Manze. Timmermann. 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 So, warum habe ich nur so schwache FPS gerade? Hm. Weil es Minecraft ist? Nein, normalerweise habe ich auch in den Aufnahmen mehr FPS. Aber ja, egal. Das sollte eigentlich offen bleiben. So. Ha, Sonnenuntergang. Hm. Was, 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 was baue ich hier oben? Wie baue ich es? Das ist eine gute Frage. Frag mal bitte nicht mich. Ich bin, ich bin gerade selber überfragt, was ich bauen soll hier. Okay, ich, ich glaube, ich, ich habe eine Idee. Ähm, ich mache hier ein Flachdach drauf. Oder ich lasse das als Flachdach. Und du oben bepflanzen. Tschüss. Schön, 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 schön mit Pflanzen und dem ganzen Kram. Wo kommen vielleicht noch so ein, so ein paar Büschchen mit her, Glasscheiben. Oh, hallo Mond. Wollen wir schlafen gehen? Mond? Ah, ja. Komm, 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 wir beide, nur du, ich, das Bett. Hurra. Oh, nice. Hui, hui. Ja. Okay, 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 okay. Ich merke heute schon, ich bin heute mal wieder sehr gesprächig. Ja, ja, ja. Oh, geil. Ähm. Andi, legst du dich jetzt mal schlafen? Ja. Äh, ich bin irgendwie in der Pflanze. Hattde ich Sex mit ihr. Oder sie mit mir. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich glaube eher sie mit jemand anders und du träumst es bloß. Oder so, genau. Oder so. Aber auf jeden Fall war da irgendwas Sexuelles. Das, das weiß ich. Wie ging denn das jetzt wieder? Ach, das habe ich mal vergessen. Das da müssen wir gerne mal haben und, ähm, das funktioniert. Aha. Okay, so ging das. Ich weiß schon wieder nicht mehr, wie man den Zimmermannsblock macht. Äh, Stäbchen, Stäbchen aus dem Ohr und der Mitte im Hals. Genau. Ja. Okay. Dankeschön. Kostet zwei Euro. Nö. Okay, dann, dann setze ich mal einen Vergessensstrahl ein. Und, 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 vorsistent. Ähm, nee, dann war das so. Ja. So, und jetzt wollte ich mir noch den Dings bauen, wenn ich jetzt schon mal dabei bin. Schiesel. Wie wird denn da geschrieben? Schiesel. C-H-I-S-E-L. Das ist ein Stock und, äh, ein Schräg drüber ein Eisen. Oh. Und ein Itzen. Geil. Danke. Bitte. Na, das macht doch schon viel mehr Spaß. Oh nein, ein Blatt zu wenig. Ein Lift zu wenig. So, was brauche ich für hier oben? Ich brauche Stein, ich brauche Erde, ich brauche Glaspanes. Hat jemand von euch Glas? Ja, ich. 15. Mehr nicht. Soll ich dir welches in den Ofen werfen? Nee, dann... Ach, doch hier, 64er habe ich noch. Ich habe, äh... 64er? Okay. Ja. Brauchst du das? Soll ich hinbringen? Ich komme schnell vorbei. Wo habe ich jetzt meinen Hammer wieder hin? Ähm, Kiste. Okay, in dem Rucksack ist nichts. Da ist er. Da wäre auch die Schüssel drin gewesen, die ich gesucht habe. Ist ja krass. Ja, jetzt sieht es auch schon ein bisschen besser aus. Da kommen noch ein paar Lianen dran. Vielleicht sieht es dann noch besser aus. Solltest du es für den Chris. Aber besser als Kacke. Kann es ja eh nicht aussehen. Ähm... Ähm... Ja. Ja. Stopp, jetzt muss ich genau aufpassen. Hier kommt... Die... Ding rein. Dann lassen wir das so. Klopf, klopf. Huhu, huhu. Herein. Warte, hier. Schönen. War der HD-Nude da? Hm... Einen, zwei, drei, vier. Sollte, glaube ich, reichen. So, kann man das ganze Ding hier noch umbauen? Hm... Ja, das kriegst du wieder. Dankeschön. Ich sollte das vielleicht einfach mal testen. Sieht weiß aus, dein Haus. Ja, das ist richtig. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Äh... 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 Das war jetzt schon etwas unheimlich. Äh... Was macht ihr schon wieder? Äh... Ich hab mich umgedreht. Das war mein Fehler. Ne, der stand hier am Fenster und hat zum Fenster reingeguckt, der kleine... Ja, der kleine Neger, kann man schon sagen, weil... Da hat er so einen... So einen schwarzen Skin. Richtig. So. So... Wieso... Wieso baut er das nicht so hin, wie ich das haben will? Mann, ey. Wie willst du das noch haben? Ja, doch, 404. Nicht der Viable. Äh... Äh... Eintorn. Eintorn, ja. Gut, dann machen wir es halt so. Wieso? Naja, okay. Gut. Nein. Ich bin auf dem Weg wieder oben, ja. Oh, genau. Ist klar. Ja. Weiß echt. Warte, ich... Geh mal einfach nur auf den... So, was sagt man aber nicht. Jo. Hab ich schon mehr FPS. Doch, ich sag sowas immer. Oh, nice. Weiß. 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 Ist, äh... Reloaded und, äh... Reloaded. Da schon. Jetzt geht die Tür wieder nicht zu. Ich glaube, fisch. Ja, okay. Ich krieg die Tür nicht zu. Ich krieg sie nicht auf. So, nochmal. Pock, Pock. Was? Vorher ging es doch auch ab. So, das ist ja nicht die Silktutsch. Ähm, dazu brauche ich meine Axt. Die hat Silktutsch. Dann kann ich alles abbauen. Ja, hat er es jetzt endlich. Nein, hat er nicht. Oh, ey. Was macht denn... Chewbacca? Okay, okay. Chewbacca, Tabacca. Okay, ja, ja, ja. Du hast es drauf hier. Ich glaube, es wird Zeit. Das ist bei echt, das ist bei echt manchmal schlimm hier. Mit den, äh, Zimmermannsblöcken-Dingern da. Ey, jetzt mach doch mal das so, wie ich das will. Meine Gute. Der will mich total ärgern. Oder sollte ich die vielleicht... Schüssel. Schüssel, Tiesel, Whistle. So, das haben wir noch für Möglichkeiten. Eigentlich... Die wären auch cool, aber die... Wie macht man Zimmermanns Tür? So sechs Zimmermannsblöcke, oder? Richtig. Cool. Aber hat der Onkel nicht noch welche? Was? Türen. Die Zimmermanns Türen? Ähm... Habe ich dir die nicht gegeben? Nein, die habe ich abgelehnt. Die habe ich bei dir gelassen. Bin ich der Meinung zumindest. So. Ich gucke gerade. Silk Touch ist geil, aber kannst du jeden Block abbauen. Habe ich nicht mehr. Nee. Lupe. So, lass mal das. Eco Clite? Eco Clite? Die. Ja. Cool. Aber das sollte ich vielleicht mal machen. Machen wir es so. Sieht... Gleich viel besser aus. Und das hier machen wir. Wir sind gespannt. Und das hier machen wir... Das kommt gar nicht mal so schlecht, außer das komische Teil hier. Das muss wieder weg. So weg. Wenn dieses... Wenn dieses dreckige Laubwinks... Also die Büsche nicht so... Scheiße obendrauf bewachsen werden... Wird es vielleicht noch cooler aussehen. Andi? Wie kann ich eine Textur wieder wegholen vom Zimmermannsblock? Shift, oder? Nimm es Shift und linke Maustaste. Ah, danke schön. Super. Perfekto. Kolo. Kolo. E kolo. Ja, supi. Supi, doch nicht. Ich habe noch etwas über. Das war jetzt irgendwie nicht so geplant. Ja gut, dann war es ja leider nicht so geplant. Tut mir leid. Kannst das jetzt auch nicht mehr ändern, oder? Nee. Leider nicht. Haha. Oh oh. Oh oh. Ja cool. Die Wand ist fertig. Und ich schaue jetzt mal... ...bem Andi... ...vorbei. Nein. Ich bin noch nicht fertig. Okay, dann schaust halt vorbei. Hm. So, ich bin hier gerade dann sozusagen an der Terrassentür machen. Da gucke ich dann auch nochmal vorbei. Und ähm... Nein. Hehe. Ich bin halt echt am Knubbeln. Ob ich die so lassen kann, oder kann ich hier noch was... Andi, ich komme. Ich bin nicht zu Hause. Ich komme. Bist du ekelhaft. Ich komme. Andi. So vielleicht lassen. Aha. So lassen wir es. japanische Glasscheiben hast du da. Ja, sieht am attraktivsten aus. Wie? Ist es attraktiver wie ich, oder was? Das kannst du vergessen. Du bist ein Wookie. Eben. Du spielst in deiner eigenen Klasse. Aua. Haha. Ich habe Hunger. Und ich habe nichts zu essen dabei. Oh oh. Dann schau in eine von meinen Kisten. Da ist genügend. So. Zwei Fleisch habe ich auffüllen können. Und es werde Nacht und es ward Nacht. Mhm. 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 Und hat jemand auszusehen Z-Time-Day eingegeben? Ich lege mich ins Bett. Z-Time-Day? Was ist denn das? Und ich habe mein zweites Bett nicht dabei. Nice. Ich bin auch im Bett. Ja, in meinem Bett, ne? Ja. Das sieht ja aus. Private. Oh, hier ist es so schön warm. So schön vorgewärmt. Naja, was du auch tust. Streck nicht den Kopf unter die Decke. Das Gas ist zu heftig. Okay. Warte mal, ich schüttel mal kurz die Decke weg und durch. Andi. Oh. Oh. Reiß dich mal zusammen. Das ist mein Bett. Da darf ich reinfurzen, wie ich will. So. So. Jetzt tue ich mitfurzen. Oh. Geh weg. Oh. Ey, bitte. Lass das morgen gut, ey. Oh, Gott sei Dank. Boah, ey. Das ist ja wie Gülle echt. Ach, ich liebe Gas. Da wurde ich jetzt was zum Essen hier bei dir. Dankeschön. Ups. Das füllt jeweils nur zwei auf, aber dafür massig an Zusatzhungerbalken. Ja, aber was hast du jetzt eigentlich hier gebaut gehabt? Nur oben das, oder? Ja, gerade kurz mal oben. Okay. Jetzt packe ich mal das Fernglas aus. Gibt mir das von hier, ja. Du hast den Fernglas gebaut? Ja. So, jetzt bin ich mir nicht erst mal sicher in meinem Haus. Die C-Taste. Achso. Bei mir ist die C-Taste Z. Bei mir ist die C-Taste Z. Zoom meinst du jetzt, ne? Ja. Mhm. Oh, schön. So. Ähm. Ich glaube, den Bereich mache ich mit Stein. Aber irgendwie habe ich jetzt hier so komisch gebaut, dass ich überhaupt gar keine Zimmeraufteilung habe, merke ich gerade mal so. Da wäre der Marmor ganz cool. Aber du hast eine Zombie-Aufteilung. Die rennen vor deiner Haustür rum. Hallo, Zombie. Zomb-Aid. Dort vorne. Zomb-Bags. Hm. Sauber. Warte mal. Chisel, Chisel, Whizzle, Dizzle. Chisel, Whizzle. Achso. Ich habe mich gerade gefragt, warum ich eine Tür in der Hand habe. Jetzt weiß ich es wieder. Weil Tür, Tür ist, ne? Und, äh, Rahmt. Scheiße. Rahm. Rahmschnitzel? Ach Mann. Ich war wieder zu früh. Ja. Das hat sich jetzt irgendwie falsch angehört, was ich gesagt habe. Weiß ich definitiv nicht. Aber leider hat das keiner gehört, weil der Chris zu laut war. Vielleicht. Weiß ich nicht Marmor. Marmor. Hallo. They don't have Marmor. Kann ich da noch irgendwo was hinbauen? Hier. Bist du? Ich brauche, ich brauche eindeutig mehr Trauerkisten. Warst du gerade, warst du gerade auf dem Weg zu mir? Nee. Äh, ich habe rüber geschaut zu dir. Aber ich kann, ich kann mal kommen noch. In der Folge. Weil, äh, ich habe gerade, nee, ich habe gerade festgestellt, ich bin jetzt unten im Lagerraum eigentlich soweit fertig. Ähm, das werde ich erst mal so lassen. Und was dann dahinter kommt, das muss ich mir noch überlegen. Weil da ist jetzt so eine Tür in den Hintergrund, in den Backstage-Bereich, und da weiß ich noch nicht, was hinkommt. Backstuck. Backen. Jetzt hat er mir mal. Manu. Hat mir das jetzt voll geklaut? Hast du es mitbekommen? Ja. Aber sowas von dermaßen. Und ich weiß nicht mal, was das bedeuten soll. Willst du mal meine Balkon-Tier sehen? Ich habe mir da hier mal... Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, weil du hast ja dieses, du hast ja ein ganz anderes Text-Shop-Pack. Okay, warte mal. Das ist irgendwie Shader-geschädigt, glaube ich. Echt? Schatten-geschädigt? Ach, du hast... Ah, ja, ja. Du hast... Das ist die Garagentür. Genau. Die habe ich als Balkon-Tür sozusagen gemacht. Das mache ich jetzt hier alles mit Wiese und mache hier so ein kleines Beet und so. Oh, jetzt fehlt was. Was fehlt denn? Da fehlen manchmal so... Jetzt passt es wieder. Passt? So kleine Stückchen von der Tür fehlen dann. Ich komme auch mal rüber, ne? Aber ist dann... Also ich finde es hübsch. Vor allen Dingen hier... Das ist Klaas, ne? Hier oben die... Wie die Sonne hier reinknetzelt. Ja, ich sehe es... Du weißt doch, ich habe die Striche drin. Ach so, stimmt. 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 Das ist so wie wir. Wir wählen die ganz schmutz. Mit eurem... Äh... Rizos-Pack. Ach so, du hast ja jetzt wieder das, was ich auch habe, ne? Äh, äh... Ähm, Andi. Ja, 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 ja. Gittertüren. Ist das drei hoch? Mh... Nein, vier. Vier. Das ist drei hoch. Das Garagentor. Ach, das Garagentor ist drei hoch. Ja, ja, da kannst du nichts anderes machen. Nice. Cool. Ähm, wo... Wo kann ich mir Marmor abbauen? Und zwar, äh... Wenn du hier in die Richtung gehst, da hinten siehst du die weiße Bergspitze. Da hinten ist Marmor. Da hinten ist Marmor. Okay. Da steht eine Fackel, glaube ich, auch drauf. Aber kannst du von hier schön die Bergspitze sehen? Spitze. Markus? Mit der Fackel obendrauf? Ja, bestimmt. Ey, ey, das ist wirklich... Ich... Du rennst hier irgendwo in der Pampa rum. Hier außen rum. Und du siehst garantiert irgendwo Spuren von Markus. Ja, damit ich wieder zurückfinde, bau dir einen Kompass. Ja, aber damit ich zurückfinde, bau dir einen Kompass. Ach, Fackel. Ja, der macht nämlich gern so, äh... Erdbrücken, die total hässlich ausschauen. Über Flüsse drüber, oder, ähm, ja. Entschuldigung, jetzt bin ich hier gerade am Erdbrücke machen. Ja, das hab ich mir auch gerade gedacht. Aber das wird... Ich fülle das aber alles aus, weil ich hier ja für mich jetzt selber ein kleines Feld anbauen will. Ach, du hast Erde. Ach, der Marble ist der Marmor. Nee, 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 es gibt extra Marmor. Da dort an einer Stelle ist Marble und Marmor. Das ist der Ignatblock. Ich hab keine Erde dabei, sonst hätte ich dir jetzt geholfen. Hast du da noch irgendwo Erde liegen? Ich hab irgendwie... Das sieht irgendwie scheiße aus. Nee, ich hab keine Erde. Ich hab Erde im, ähm... Ich hab genug Erde im... Ups. Im, ähm... Wie heißt's denn? Im Inventaren. In the Invenwoods. Hier ist... Hier ist auch was... Ecklo... Schönen Teil. Guide, Limestone... Hat er gedacht. Hat er gedacht, kann mich auch schrecken. Alter, ich seh... Marble. Marble, Raw Marble. Ja, komm schon. Ende Zeit. Mach ich das jetzt hier mal. Hast du dann so auf Deutsch stehen, Onkel? Ich? Ja. Ja, äh... Deine Wienkraft. Ja. Dann... Dann brauchst du mal kurz, weil dann steh ich mal... Bei mir steht Marmorziegel beim Onkel. Language. Languatsch. Jetzt dauert's ne Stunde, bis das umgeändert ist. Und während dieser Stunde können wir uns locker und dreifach verabschieden. Ja, ja. Bei den lieben Leuten da draußen. Genau. Tschüss. Tschau. Tschüss. Schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag oder was sonst gerade im Moment bei euch ist. Dann schauen sie nicht links aus dem Flugzeugfenster raus. Und hoffentlich ist draußen schon Frühling. Also, Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.